Ja, herzlich willkommen zu dieser ersten Live-Session im November-Modul unseres Wissensmanagement-Muchs 2023 mit einem alten Bekannten, das kann man sicher so sagen. Stefan Zillig ist jetzt, glaube ich, schon das vierte Mal mindestens dabei, ja, hat auch schon seine Schwester genötigt, dabei zu sein. Also insgesamt ist die Familie Zillig sehr gut vertreten mit allen Themen, so aus, denke ich mal, deinem beruflichen Kontext als Information Professional. Ja, Body of Knowledge, da haben wir letztes Jahr im Wissensmanagement-MOOC angefangen. Du taust jetzt noch mal mehr ein in die Praxis, hast aber auch gesagt, es ist jetzt keine Voraussetzung, die Session vom letzten Jahr gesehen zu haben oder dabei gewesen zu sein, sondern die heutige steht auch für sich alleine. Von daher bin ich schon sehr gespannt und will jetzt da auch gar nicht, sage ich, lange das Wort an mich reißen, sondern gebe dir das Wort und den Bildschirm und freue mich sehr, wie es mit dem Body of Knowledge weitergeht. Ja, vielen Dank, Gabriele. Jetzt versuche ich erstmal, meinen Bildschirm zu teilen. So, und dazwischen, Gabriele, ich bin schon viel länger dabei. Ich bin nämlich dieses Jahr zum fünften Mal dabei. Wow, okay. Genau, aber das fünfte ist ja auch schon quasi ein Jubiläum, insofern freue ich mich umso mehr, heute mit dabei zu sein. Ja, also herzlich willkommen auch von mir zur heutigen BEMUK-Live-Session. Ich will euch etwas erzählen zum Thema Body of Knowledge. Ist das mein Body of Knowledge, Ideen zum Umgang mit Wissensbeständen? Um einzusteigen, bin ich heute tatsächlich in die U-Bahn eingestiegen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das Thema Body of Knowledge wurde heute in der U-Bahn in Berlin, es war einiges los, aber es wurde diskutiert über den Body of Knowledge. Ich konnte sehen, wie der junge Mann mit Handy in die U-Bahn eingestiegen ist und er hat seine Füße zusammen Straßenschuhen auf die gegenüberliegende Sitzbank aufgestützt. Dort saß natürlich wie bestellt die ältere Dame und die fühlte sich natürlich gestört davon. Sie hat ihn aufgefordert, er soll seine Füße vom Sitz runternehmen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie der Schlagabtausch zwischen den beiden bis zur nächsten Station verlaufen ist, wo der junge Mann dann ausgestiegen ist. Spannend dabei, um ihre jeweiligen Standpunkte zu begründen, haben die beiden in kürzester Zeit gesamt vier bekannte Wissensbestände in den Ring geworfen, die aber von der anderen Seite gezielt entweder nicht verstanden worden sind oder sofort abgelehnt worden sind. Da war zum einen das Prinzip der freien Entfaltung der Persönlichkeit. Dann ging es um die Erziehung von Kindern. Ein weiterer Wissensbestand waren die allgemeinen technischen Bedingungen moderner U-Bahn-Systeme. Und schließlich ging es auch noch um Knigges Hauptwerk, ihr kennt das alle, über den Umgang mit Menschen. Wir Berliner gucken bei sowas ja immer ganz gerne zu, muss ich auch ehrlich bestehen. Und tatsächlich hat dieser kleine Schlagabtausch eine Möglichkeit für den Umgang mit Wissensbeständen exemplarisch vorgeführt, nämlich die kategorische Ablehnung. Es gibt, und das will ich euch heute zeigen, für den Umgang mit einem Body of Knowledge, mit Wissensbeständen, aber noch weitere Möglichkeiten und genau dafür will ich euch heute auf ausgewählte Aspekte hinweisen. Das heißt, Aspekte für diesen ganz speziellen Entscheidungsprozess, bei dem ihr selbst euch für oder gegen einen Wissensbestand entscheidet, heruntergebrochen auf die ganz kurze Frage, ist das mein Body of Knowledge, ist das mein Wissensbestand? Was will ich euch heute zeigen? Ich will euch erst kurz nochmal als kleinen Wrap-up von der letzten Session, die von Gabriele erwähnt worden ist, erzählen, was ist ein Body of Knowledge? Ganz kurzer Überflug, um alle abzuholen, die das nicht gesehen haben sollten. Und dann will ich direkt zur Frage kommen, ist das mein Body of Knowledge? Und warum ist es mein Body of Knowledge oder ist es nicht? Da geht es um zwei Punkte. Einmal die Inhalte des Body of Knowledge, die einem persönlichen Weltbild entgegenstehen könnten. Und es geht um Metainformationen. Und das ist eigentlich auch der Schwerpunkt der heutigen Session, Metainformationen zu einem Body of Knowledge. Dazu will ich euch dann ein Cheatsheet vorstellen, in dem, ja, kleine Handreichungen für den Umgang damit vorgestellt werden. Ich will euch zum Abschluss ein kleines Beispielprojekt vorstellen, wo ich tatsächlich eigene Erfahrungen aus diesem Thema Body of Knowledge, den Umgang damit, Metainformationen herausziehen konnte. Will dann zu einem kleinen Zwischenstand kommen, einem Fazit. Und dann freue ich mich auf den Austausch mit euch. Es geht los mit einer Definition, die sieht jetzt hier etwas gewalttätig aus, ist aber tatsächlich, und das war für mich übrigens eine kleine Übung, die Zusammenfassung der letzten Bemo-Session im Jahr 2022, wo es um allgemeinere Dinge des Body of Knowledge ging. Ich will da drei markierte Punkte herauspicken, die wichtig für die heutige Session sind. Zum einen die Definition, ein Body of Knowledge, ist die Sammlung von Begriffen, Konzepten und Aktivitäten eines speziellen Fachgebietes, die von Beteiligten des Fachgebietes verbunden, strukturiert und schließlich zur Verfügung gestellt werden. Und zwar für die Beteiligten des Fachgebietes und dessen Stakeholder beziehungsweise weitere Betroffene. Es gibt ganz unterschiedliche Bezeichnungen für Body of Knowledge. Wissensbestand ist ein sehr geläufiger Begriff. Lehrplan, Wissensrepräsentation, Blossar, Leitlinienwissen, Leitwissen, Kompetenzkatalog, formalisierter Wissensbestand. In manchen Unternehmen wird auch von der sogenannten Library gesprochen. Es gibt etliche Beispiele, die ihr kennt zum Thema Body of Knowledge, Wissensbestände. Ich habe euch hier mal so ein paar zusammengefügt. Denkt auch an die Wissensbestände, die zum Beispiel von Ärzten genutzt werden, von Psychologen, von Chemikern. Alle diese Berufsgruppen haben ihren Body of Knowledge. Denkt an Architekten, an Künstler. Statiker haben ihren Wissensbestand, mit dem sie arbeiten und auf den sie sich verlassen müssen. Auch Musiker haben ihren Wissensbestand. All diese Disziplinen fassen ihre Wissensbestände in einem sogenannten Body of Knowledge zusammen. Der dritte Punkt, kommen wir zurück zu der kleinen Übersicht hier, das sind die Beteiligten und das ist heute auch der Schwerpunkt der Session. Die Entwicklung eines Body of Knowledge wird von verschiedenen Beteiligten beeinflusst. Dazu gehören natürlich die Herausgeber des Body of Knowledge, die Betroffenen und Beteiligten, Communities of Practice in der jeweiligen Disziplin. Es gibt Gremien innerhalb der eigenen Organisationen, die da einen Einfluss drauf ausüben. Es gibt andere Organisationen außerhalb. Es gibt neben diesen Beteiligten noch weitere Betroffene oder sich betroffen fühlende Stakeholder, die wir vielleicht noch gar nicht kennen oder erst kennenlernen in einem Moment, wo wir überhaupt nicht damit gerechnet haben. Dazu gibt es eine aufmerksam beobachtende Öffentlichkeit. Es gibt die Beteiligten der anderen Disziplinen, direkte und nicht direkte Disziplinen, also nachverwandte Disziplinen. Und es gibt natürlich, ganz wichtiger Punkt, die Medien, die Gesellschaft als Ganzes, dazu Vertreter von Regelwerken und Gesetzen und nicht zuletzt die Vertreter unterschiedlicher Kulturen in einer Gesellschaft. Also die Beteiligten an einem Body of Knowledge sind tatsächlich sehr divers, sehr unterschiedlich und oft nicht direkt ersichtlich. Und mit diesem dritten Punkt, den ich euch hier vorgestellt habe, will ich eigentlich direkt zum Schwerpunkt der heutigen Session kommen. Es soll um die Beteiligten und um die Betroffenen gehen. Im Unternehmen, in der Organisation, im Verein, in der Fachgesellschaft, aber auch in der Gesellschaft, in der Kultur, im Staat. Und dabei geht es um eine ganz wesentliche Frage, mit der Sie sich alle jedes Mal beschäftigen oder beschäftigen müssen, wenn Sie auf einen neuen Businessbestand, auf einen neuen Body of Knowledge treffen. Nämlich, ist das denn überhaupt ein Body of Knowledge? Woran erkennt man ihn? Und vor allem die Frage, ist das mein Body of Knowledge? Ist das mein Businessbestand? Denn bevor ich als Einzelner einen Body of Knowledge, einen Businessbestand annehme, ihn also vertrete, hinter ihm stehe, er auch Teil meiner Expertise und der Disziplin wird, die ich vertrete, muss ich diesen Body of Knowledge ja erstmal akzeptieren. Einfache Frage, was wird mir da angeboten oder was wird mir da gar vorgesetzt? An Beispielen in Organisationen, in Unternehmen, Vereinen, aber auch in aktuellen gesellschaftlichen und politischen Diskussionen, so wie auch in der Wissenschaft und der Kultur, zeigt sich, dass wir immer wieder Wissensbestände für unterschiedliche Disziplinen angeboten bekommen. Aber es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass wir diese Wissensbestände auch akzeptieren. Eine häufige Ursache dafür, die Wissensbestände, die Inhalte dieses Wissensbestandes, das Body of Knowledge, passen oft nicht in das Weltbild der Beteiligten und widersprechen vielleicht sogar der Expertise der Betroffenen. Die Beteiligten müssen sich also tatsächlich für den Wissensbestand aktiv entscheiden, bevor sie ihn anwenden und auch vertreten. Und es ist tatsächlich eine individuelle Entscheidung. Will ich, kann ich diesen Body of Knowledge mit meinem Weltbild verbinden? Und damit kommen wir zu der Frage, zu der einen Frage, wodurch wird diese persönliche Entscheidung beeinflusst? Und darauf will ich jetzt ein bisschen den Fokus legen in der heutigen Session. In meiner Praxis als Information Professional beobachte ich dazu immer wieder zwei Entscheidungsfelder zu dieser Frage. Nämlich erstens die fachlichen Inhalte. Wie gesagt, die müssen passen. Die verursachen Diskussionen, da gibt es Widersprüche, da müssen Dinge angeglichen werden. Und ein zweiter Punkt, ein sehr, sehr spannender Punkt, die formalen Aspekte, die mit einem Body of Knowledge zusammenhängen, die Metainformation dazu. Und zu diesen beiden Entscheidungsfeldern will ich euch ein paar Ideen vorstellen. Komme ich zum ersten Punkt, nämlich das erste Entscheidungsfeld, die fachlichen Inhalte. Was passiert, wenn wir mit den Inhalten eines Body of Knowledge zu tun bekommen? Und dazu ein paar Beobachtungen, die hier, ganz wichtiger Hinweis, nur in ganz stark vereinfachter Darstellung vorgestellt werden sollen. Vorab die Bemerkung, die Randbemerkung. Wir müssen verstehen, ein Body of Knowledge ist oft eine hochkonzentrierte und komplexe Sammlung an Wissen und kann für uns unter Umständen völlig neue Informationen enthalten. Dieses Paket an Inhalten will ich als Beteiligter erst mal verstehen, bewerten und einordnen in mein eigenes Weltbild. Über den Bereich, der mir da vorgestellt wird, habe ich eventuell schon eine eigene Meinung, eine eigene Expertise. Und dieses Weltbild besteht eben auch aus diesem Punkt, die persönliche Expertise. Dazu kommen meine persönlichen Überzeugungen. Und letztlich habe ich natürlich auch noch bestimmte Erwartungen oder auch Anforderungen, die der Body of Knowledge nach Möglichkeit erfüllen soll. Ja, und so ein Paket, so ein neues Paket, kann uns ganz schön beschäftigen und etwas in uns auslösen. Das geht jetzt so ein ganz klein bisschen rein in den Bereich der Psychologie, ist aber spannend und betrifft uns direkt im Alltag. Wir müssen uns nämlich damit auseinandersetzen und schauen, ob dieses neue Informationspaket, Body of Knowledge, ob es passt oder ob wir direkt in den Widerstand dafür gehen. In jedem Fall mobilisieren wir Ressourcen dafür. Deshalb die Aussage auch, Information ist ein Ereignis. Es passiert immer irgendetwas, wenn wir auf neue Informationen treffen. Was passiert, wenn wir mit unserem Weltbild und mit unserer Expertise neue Informationen ja regelrecht verkraften müssen. Der Idealfall gleich vorneweg. Es passt alles gut zusammen und mein fachliches Weltbild hat ein Update erhalten. Diesen Body of Knowledge akzeptiere ich, denn er passt zu meiner Expertise und zu der Disziplin, die ich vor anderen und mit anderen zusammen vertrete. Meine Überzeugungen stehen damit im Einklang und im Idealfall werden meine Anforderungen und Erwartungen dazu direkt erfüllt. Ich neige also dazu, diesen Body of Knowledge anzunehmen. Update completed. Aber manchmal spüren wir, dass etwas nicht stimmt. Eine ganze Reihe möglicher Konflikte kann zu negativen Reaktionen in uns führen, mit der Folge, dass wir den Body of Knowledge ablehnen wollen. Drei Beispiele aus dieser zugegebenermaßen etwas schrecklichen Liste unter dem Themenpunkt Konflikte. Der erste Punkt, die Inhalte passen nicht in mein Weltbild. Irgendwas ist konträr, es ist ein Widerspruch. Zweiter Punkt, die genutzten Zeichen oder die Sprache oder die Fachsprache ist mir unverständlich. Folge, ich verstehe die Inhalte nicht und sie bleiben mir dadurch fremd. Und dritter möglicher Punkt, für die Inhalte werden keine Quellen genannt oder ich kenne die genannten Quellen nicht oder ich misstraue ihnen. Es gibt noch weitere Konfliktpotenziale in dieser Liste, die ich jetzt nicht mehr eingehe. Ich will lieber jetzt auf die Reaktionen eingehen. Wie reagieren wir darauf, auf diese negativen Konfliktpotenziale? Bewusst oder unbewusst fühlen wir uns verunsichert. Wir wollen etwas ablehnen oder wir sind enttäuscht davon oder erschöpft durch die Menge oder hilflos, weil wir nicht damit klarkommen und noch etliche weitere mehr. Es gibt etliche unangenehme Reaktionsmöglichkeiten in dieser Situation, wenn wir im Konflikt mit den Inhalten stehen. Und das Problem und das gemeinsame Problem all dieser Reaktionen ist, sie können das ursprünglich sachlich-fachliche Thema zu einem emotionalen Problem eskalieren. Und das kann extrem anstrengend sein. Andererseits will ich aber natürlich meine Ressourcen und meine Energie sparen und meine Emotionen schützen. Und deshalb versuche ich, diese Konflikte zu vermeiden. Und eine sehr beliebte und erprobte Methode dabei, um es zu vermeiden, ist, ich gehe dem Auslöser der Konflikte einfach aus dem Weg, wie zum Beispiel heute Morgen in der U-Bahn. Alles, was nicht passt, wird kategorisch abgewährt. Also unsere Entscheidung, ob wir einen Business-Bestand, also eine hochkonzentrierte Informationssammlung, akzeptieren oder ablehnen, hängt ab von seinen Inhalten und ob sie mit unserem Weltbild zusammenpassen und falls nicht, wie wir mit möglichen Konflikten und mit unseren Reaktionen, die dadurch ausgelöst werden, umgehen. Es gibt neben den fachlichen Inhalten aber noch einen weiteren Entscheidungsbereich beim Pro und Contra zu einem Wissensbestand. Soweit jetzt erstmal zum Thema Psychologie und was in uns passiert in diesem Bereich. Einen weiteren Entscheidungsbereich, den ich euch jetzt vorstellen will, nämlich, wie schon angedeutet, die Metainformation. Was ist Metainformation? Das ist die Information über einen fachlichen Wissensbestand, also in dem Fall Information über Information. Metainformation hat einen riesen Vorteil. Sie ist strukturiert und kurz. Wir können dabei an die Fragen der Journalisten denken, das Wer, Was, Wann, Wo, Wie und so weiter lässt sich anhand von Metainformation sehr schnell erfassen und einordnen. Die Antworten auf diese Fragen sind kurz und präzise und sind auch deshalb ganz praktisch, weil sie zu schnellen Einordnungen führen können. Sie sparen Zeit und vielleicht haben wir auch gar keine große Lust, uns mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Wir haben keine große Motivation und denken, ja, das mit der Metainformation reicht mir eigentlich aus, um eine Entscheidung zu fällen. Ihr kennt diese Situation aus eurer eigenen Praxis, ein einfaches Beispiel. Um das richtige Fachbuch für ein Thema auszuwählen, schauen wir uns Informationen im Bücherkatalog an, wie zum Beispiel den Autor, den Titel, das Veröffentlichungsdatum, die Seitenzahl, Schlagworte zum Inhalt, den Verlag, sowie den Klappentext und auch das Inhaltsverzeichnis. Das sind alles gut sortierte Metainformation, die ein Buch und seine Inhalte so gut beschreiben, dass wir allein damit bereits erkennen, ob das Buch für uns relevant ist oder eben nicht. Ja, und eine ganz häufige Beobachtung bei meiner Arbeit als Infoprofi, alle lieben Metainfos. Bevor ich die Studie auf den Tisch lege, wollen die Leute meistens wissen, von wem kommt die Studie, wann ist sie veröffentlicht worden, wer ist daran beteiligt, also so genau dieses wer, was, wann, wo und wie. Und das ist halt wirklich sehr praktisch, um fachlich Inhalte vor dem Studium der Inhalte einzuordnen und zu bewerten. Mit Metainformationen werden uns also Hinweise und Antworten geliefert zu dem Wissensbestand, zu dem Buch oder zu dem Body of Knowledge. Und als Infoprofi komme ich hier wieder einmal zu einer oft wiederholten Feststellung, es ist nützlich, Fragen zu stellen. In diesem Fall Fragen über einen Wissensbestand. Und dazu will ich euch jetzt ein paar Punkte vorstellen, nämlich in Form eines vorbereiteten Cheatsheets. Vorab, was ist das Ziel? Wir wollen mit konkreten Fragen einen Body of Knowledge einordnen und bewerten. Es geht um gezielte Fragen zur Metainformation des Wissensbestandes. Und die Antworten sollen uns letztlich Hinweise liefern, die uns bei unserer Entscheidung helfen, ist das mein Body of Knowledge oder nicht. Wie schon erwähnt, zum Body of Knowledge habe ich ja beim WEMUG 22 allgemeine Hinweise vorgestellt in der Live-Session, die einen Body of Knowledge begleiten. Daraus haben wir in der Session Fragen abgeleitet, in der Teilnehmerrunde besprochen und in der Zeit danach wurden diese Fragen weiterentwickelt und vertieft. Das Resultat seht ihr hier, ein Cheatsheet mit elf Fragen zu den Hintergründen eines Wissensbestandes, eines Body of Knowledge. Die Fragen, allgemein gesprochen zunächst, beleuchten die Beteiligten, sie beleuchten formale Punkte zu den Inhalten und ganz wichtig, auch zur Interaktion zwischen den Beteiligten. Ich habe hier in der Übersicht vier Fragen markiert, die will ich euch exemplarisch vorstellen. Da wäre die erste, sind Eigentümer, Herausgeber und Verwalter des Body of Knowledge sichtbar? Also treten sie in Erscheinung? Handeln sie offiziell im Namen einer Institution oder einer Disziplin? Ist diese Institution sichtbar oder eher unsichtbar? Hat sie ein Renommee? Welches Renommee hat sie? Hat sie diese Institution oder auch die Disziplin, hat sie mit mir zu tun oder mit meinem Leben und Handeln in der Arbeit, im Beruf oder auch im Privatleben oder auch bei meinem gesellschaftlichen Handeln? Das sind Fragen, die man hier in dieser einfache Fragenkategorie mit aufnehmen könnte. Der nächste Punkt, den ich hervorheben möchte, ist sichtbar, durch wen dieser Body of Knowledge angewendet wird. Auch die Frage, wird er überhaupt angewendet, dieser Body of Knowledge? Und hier ist ein ganz interessanter Punkt. Ich bin da vorhin so ein bisschen drüber gegangen, ohne es zu differenzieren. Man kann unterscheiden zwischen Beteiligten und Betroffenen. Beteiligte zum Beispiel innerhalb der Disziplin, die den Wissensbestand auch ideell vertreten. Sind die sichtbar? Sind die definiert? Und denen gegenüber die Betroffenen, die auch außerhalb einer Disziplin sich befinden können, die den Wissensbestand gegebenenfalls aber sogar umsetzen müssen, weil sie dazu gezwungen werden. Schönes Beispiel, das ihr alle kennt, das deutsche Steuerrecht. Ein sehr bekannter und häufig angewendeter Body of Knowledge, Wissensbestand. Das deutsche Steuerrecht betrifft uns alle. und wir haben dazu oft ein eher kritisches Verhältnis, müssen uns auf die Expertise von Fachleuten verlassen, da wiederum einen Body of Knowledge voraussetzen können, um eine gute Beratung zu erhalten. Ja, und dazu auch noch ein weiterer Punkt, der sehr spannend ist, der Peer-Druck. Der Peer-Druck spielt ja eine ganz große Rolle. Wie sprechen Kollegen und Beteiligte über diesen Body of Knowledge? Beobachten können wir immer wieder, dass die Meinungen und das Verhalten der Kollegen unsere Akzeptanz für Inhalte erheblich beeinflussen können. Wenn zum Beispiel führende Mitglieder einer Fachdisziplin die Leitlinien unterstützen und annehmen, ist es wahrscheinlicher, dass andere ihnen folgen werden. Einen dritten Punkt will ich hervorheben. Wie wird mit problematischen Inhalten umgegangen? Wie gehen die Herausgeber und die weiteren Beteiligten mit problematischen Aspekten und Inhalten um? Mit Blick zum Beispiel auf geschichtliche, kulturelle und soziale Faktoren. Hier können wir auch über Normen sprechen, über Werte, über soziale Dynamiken, die diskutiert werden. Frage, lässt sich beobachten, wie eine interne Diskussion geführt wird oder lässt sich überhaupt eine interne Diskussion beobachten? Und letzter Punkt, den ich persönlich eigentlich fast am wichtigsten finde und für Herausgeber eines Body of Knowledge auch am anstrengendsten, gibt es eine Einladung zur Anwendung? Gibt es eine Promotion, eine Promotion dafür? Laden die Herausgeber zur Anwendung des Body of Knowledge ein und wenn ja, wie? Wir kennen das alle, Kommunikation ist Überzeugungsarbeit, das ist anstrengend, die Art und Weise, wie ein Body of Knowledge kommuniziert und vermittelt wird, beeinflusst maßgeblich auch dessen Akzeptanz. Eine gute Kommunikationsstrategie liefert auch nachvollziehbare Argumente, verständliche Erklärungen, die für unsere Entscheidung pro oder contra Body of Knowledge extrem nützlich sind. Insgesamt wurden bislang vier, nein, Entschuldigung, ich habe euch vier davon vorgestellt, elf solcher Fragen entwickelt und herausgearbeitet, bei denen es einfach darum geht, neben den Inhalten des Body of Knowledge ja, etwas zu erfahren über seine Hintergründe, über seine Beteiligten, sprich, die Metainformation soll hier herausgearbeitet werden. Es geht um die Beteiligten, es geht über, es geht um besondere formale Punkte zu den Inhalten und wie gesagt, es geht um die Interaktion zwischen den Beteiligten und zwischen den Betroffenen und zwischen den Herausgebern und so weiter, alle, die ich aufgezählt habe. Soweit verfügbar können wir nämlich diese Information dann zusammenfügen und einfließen lassen in unsere Bewertung für oder gegen einen Wissensbestand und das ist ein sehr schnell erarbeiteter, guter und nützlicher Punkt, um einen Body of Knowledge einzuordnen. Aber es gibt trotz ganz guter Erfahrungen mit diesem Fragenkatalog auch eine Gegenanzeige dazu. Metainformationen sollten nicht dauerhaft als Ersatz für die originalen Inhalte angewendet werden, es handelt sich hier lediglich um Informationen über Informationen. Metainformationen können das Studium der eigentlichen Inhalte eines Wissensbestandes nicht ersetzen. Manche denken das, aber es ist in Noten. Ja, und trotzdem würde ich aber sagen, trotz dieser Gegenanzeige, meinen Aufruf und auch meinen Zuruf, die Fragen aus diesem Cheat Sheet sind ein ergänzendes Angebot für Betroffene, Beteiligte und auch die Anwender eines Body of Knowledge mit der Leitfrage, ist das mein Wissensbestand? Und dazu jetzt noch ein weiterer spannender Punkt in diesem Fragenkatalog enthalten, ist auch eine ausdrückliche Einladung zum Perspektivenwechsel. Denn diese Fragen können auch von den Herausgebern eines Body of Knowledge selbst angewendet und genutzt werden. Hier lautet die Frage dann entsprechend formuliert, welche Punkte könnten wir als Herausgeber eines Body of Knowledge beachten, damit unser Body of Knowledge, unser Wissensbestand, bessere, größere Akzeptanz erfährt. Ja, und diesen Perspektivenwechsel finde ich persönlich hochinteressant, auch, weil interessante Anhaltspunkte liefert für das Kuratieren von Wissen. Und diesen Punkt will ich an einem Beispiel vorstellen, an einem Publikationsprojekt, das ihr alle kennt. Es geht um das Publikationsprojekt der GFWM, das kuratierte Dossier. Das Dossier ist eine Fachpublikation der GFWM, die seit 2019 im Rahmen des Knowledge Camps veröffentlicht wird. In den fünf bisherigen Ausgaben haben Expertinnen und Praktiker inzwischen etwa 40 Beiträge zu fachlichen Schwerpunkten veröffentlicht. Und ich finde, 40 Beiträge, das ist ein ordentlicher Wissensbestand, ein Body of Knowledge im Rahmen der Aktivitäten der GFWM, der fachlichen Aktivitäten einer Fachgesellschaft. Und mit Blick auf die Definition für den Body of Knowledge ganz am Anfang erinnert euch, es geht um eine Sammlung von und Aktivitäten und Erfahrungen und ja auch Resultaten aus speziellen Teilbereichen des Fachgebietes Wissensmanagement. Diese Sammlung wird von Akteuren des Fachgebietes und der Redaktion verbunden, es wird strukturiert und schließlich zur Verfügung gestellt und zwar für die Beteiligten des Fachgebietes und für weitere Stakeholder und Interessenten. Und ich finde, tatsächlich sind diese elf Fragen aus dem Cheat sehr nützlich, um den Wissensbestand kuratiertes Dossier zu erhalten und weiter zu entwickeln. Aus meiner persönlichen Sicht, es geht dabei um die Interaktion und Kommunikation zwischen den Beteiligten im Verein und außerhalb. Es geht um Ansprüche, es geht um Erwartungen und Verpflichtungen, es geht um die Sichtbarkeit, es geht um technische Dokumentation und Verfügbarkeit von Inhalten und letztlich geht es auch um die Bereitschaft, sich mit Inhalten anderer zu beschäftigen. Mein Zwischenfazit zu diesem laufenden Projekt, die Entwicklung und Pflege eines Body of Knowledge machen viel Arbeit. Da führt kein Weg dran vorbei, ist es eine echte Herausforderung mit etlichen Teilaufgaben. Natürlich geht es dabei in erster Linie um die Inhalte und wie sie publiziert werden, aber im Vordergrund stehen ganz besonders auch die Beteiligten, heißt zum Beispiel die Autorinnen, sowohl die Veröffentlichten als auch die noch nicht Veröffentlichten, das Redaktionsteam der Verein, die Mitglieder des Vereins, die Beteiligten weiterer Institutionen und Unternehmen, Leserinnen und Leser aus unterschiedlichen Disziplinen und Branchen, die Beteiligten staatlicher und nichtstaatlicher Institutionen, zum Beispiel Hochschulen und Unternehmen, sehr unterschiedliche Stile der Kommunikation übrigens hier und technisch gesehen Online-Leser, Offline-Leser und übrigens seit einiger Zeit auch, ich sage es ganz lobend an dieser Stelle, übrigens auch die geduldigen Ansprechpartnerinnen der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt und Leipzig, wo wir sämtliche Ausgaben regelkonform inzwischen hinterlegt haben. Wir lernen fortlaufend dazu in der Redaktion und mit den Autoren und den Beteiligten und wir freuen uns über Reaktionen und Rückmeldungen, die uns bestätigen, dass wir dabei immer besser werden. Den Body of Knowledge kuratiertes Dossier findet ihr unter dem Link rechts unten, dort übrigens auch ganz neu entwickelt als Visualisierung der fachlichen Inhalte in Form einer Knowledge Map alle Beiträge und Ausgaben und demnächst als Projekt für die nächsten Monate stellen wir euch online eine informative Übersicht aller Autorinnen und Autoren zur Verfügung, dort dann mit Verlinkung, mit Darstellung ihrer Beiträge und Verlinkung auf die insgesamt 40 veröffentlichten Beiträge und ganz wichtig, ein klein bisschen Werbung muss sein, die nächste Ausgabe des kuratierten Dossiers ist gerade in Vorbereitung und Planung im Frühjahr 2024 ist es dann soweit und damit möchte ich einen kurzen Blick zurück auf das jetzt bislang Gesagte mit euch werfen, worum ging es heute? Ein Body of Knowledge unterliegt unserer persönlichen Zustimmung oder Ablehnung. Entweder akzeptieren wir es oder wir lehnen es ab und das ist eine persönliche Entscheidung. Dabei spielen unsere Expertise, unsere Überzeugung und unsere Erwartungen eine wichtige Rolle. Mein zentraler Hinweis heute, diese Entscheidung wird massiv beeinflusst von zwei Entscheidungsfeldern, zum einen von den fachlichen Inhalten des Body of Knowledge und zum anderen von der Metainformation über den Body of Knowledge. Zur Sammlung von Metainfos über einen Body of Knowledge oder einen Wissensbestand habe ich euch ein Cheat Sheet vorgestellt mit elf konkreten Fragen zur Metainfo eines Wissensbestandes. Die Antworten können uns bei der Bewertung und Einordnung des Wissensbestandes unterstützen und letztlich können auch, letzter Punkt hierzu, auch die Herausgeber eines Body of Knowledge aus diesen Fragen wichtige Anhaltspunkte entwickeln und damit seine Akzeptanz optimieren. Denn, wichtig, ein Body of Knowledge wird ganz besonders genau von den Beteiligten und von den Betroffenen beobachtet. Ein Body of Knowledge ist ein veröffentlichter und ein offizieller Wissensbestand einer Disziplin. Er kennzeichnet auch so eine Art disziplinäres Territorium mit Grenzen und Beziehungen zu anderen Bodies of Knowledge zu anderen Disziplinen. Es gibt Beziehungen, es gibt Abhängigkeiten zu anderen Disziplinen und deren Wissensbeständen. Ein Body of Knowledge bietet die Möglichkeit für einen gestalteten sichtbaren Auftritt der fachlichen Disziplin. Im Fokus steht neben der fachlichen Disziplin ganz besonders der Umgang mit dem eigenen Wissen und mit dem Wissen anderer. Ja, und hier nochmal das Fazit, ein Body of Knowledge macht viel, viel Arbeit. Ich will noch zum Schluss zwei weiterführende Aspekte ergänzen. Ein Body of Knowledge liefert auch Hinweise, wie innerhalb der Disziplin mit Wissen umgegangen wird und das liefert letztlich Hinweise auch zum Zustand der fachlichen Community selbst. Und ein zweiter Punkt, ein Wissensbestand, ein Body of Knowledge kann als Teil von Wissenschaftskommunikation für eine Disziplin betrachtet werden. Hier könnte man also fragen, was müssen wir als Vertreter der Disziplin berücksichtigen, damit der Body of Knowledge als inhaltlich relevant wahrgenommen wird und bei den Beteiligten und bei den Betroffenen akzeptiert und letztlich auch angewendet wird. Soweit meine Ideen zum Umgang mit Wissensbeständen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bin jetzt gespannt auf den Austausch und auf die Ideen mit euch. Vielen Dank Stefan, das war wie immer faszinierend und sehr dicht und intensiv dir zuzuhören. Ich gucke gerade mal im Chat sind so erstmal hauptsächlich zwei Fragen aufgelaufen von Dirk und mir. Wir halten uns gerne dann auch immer etwas zurück, deshalb frage ich direkt schon mal in die Runde ob es Fragen spontan gibt, die jetzt nicht in den Chat geschrieben wurden. Dann mache ich Angelika, bitte. Body of Knowledge verbinde ich vor allem mit dem Thema Inhalt. Ist das richtig, Stefan? Das heißt also, wenn ich nur eine Struktur habe, wenn ich nur unter Anführungszeichen eine Wissensland Karte habe, ohne Verlinkungen zu Beiträgen oder sonst irgendetwas, dann würde ich das noch nicht als Body of Knowledge sehen. Sehe ich das richtig oder würdest du mir dem widersprechen? Widersprechen nicht, aber ich sehe in erster Linie die Inhalte und ein Body of Knowledge braucht dann Struktur und muss dargestellt werden. Also eine Wissensland Karte ist ganz sicher auch Teil, um einen Body of Knowledge darzustellen. Letztlich geht es beim Body of Knowledge aber um die Inhalte, um die Erfahrungen, um die Konzepte einer Disziplin. Also eine Wissensland Karte alleine wäre ein armer Body of Knowledge, würde ich sagen. Aber die Gesamtheit Landkarte plus Inhalte, das geht sehr stark in Richtung Body of Knowledge. Okay, dann sehen wir Sie gleich. Danke. Da hast du mir jetzt meine Frage schon vorweggenommen, Angelika. Wir arbeiten ja in der Fachgruppe gerade an einer Mindmap Wissensmanagement, die so den Überblick geben soll über Modelle, Begrifflichkeiten, Konzepte, aber es ist eben nur die Mindmap. da sind dann, ich bleibe jetzt mal bei den Modellen, die Modelle aufgezählt, aber es ist jetzt eben nicht erläutert, das Bausteine-Modell oder die Wissensspirale. Das heißt, um zu einem Body of Knowledge zu werden, müsste jetzt jeder Zweig dieser Mindmap noch hinterlegt werden mit einem Inhalt, einer Erläuterung. Genau, also die Idee ist, also die Mindmap ist ein extrem gut strukturierter Einstieg, aber Einstieg bedeutet, dass es weitergeht. Also man müsste einem Pfad folgen können, um dann zu den einzelnen Themen oder zu den einzelnen Konzepten weitergehen zu können. Gut, ist dann Stufe zwei. Was bedeutet Arbeit? Ja, ich weiß. Die Mindmap war schon vor allem auch diskussionsreich genug und die Diskussionen sind noch nicht abgeschlossen und der Punkt ist ja auch, also Ziel ist ja jetzt nicht per se ein Body of Knowledge, sondern war erstmal ein Überblick zu geben, aber es wäre natürlich interessant, vor allem unter dem Stichwort kuratierte Inhalte zu schauen, wie man mit intelligenter Verlinkung wahrscheinlich die meisten dieser Äste, die jetzt in der Mindmap drin sind auf bestehende öffentliche Inhalte verlinken könnte. Man müsste da wahrscheinlich gar nicht so viel selbst erstellen. Also der Hintergrund meiner Frage war auch deswegen, weil das etwas ist, was wir bei Wissenstransfers machen. Das heißt, wir machen eine Wissenslandkarte und nutzen dann eben, wenn wir es elektronisch die Notizfunktion, um das, was dann bei den Transfergesprächen herauskommt, da zu hinterlegen. Das heißt, langsam entsteht dann sozusagen ein Body of Knowledge bis zum Ende des Transferprozesses mit so inhaltlich angereichert. Deswegen war so auch meine Frage. Vielen Dank, Angelika. Das ist nochmal ein schöner Gedanke, diese Transfers beim Wechsel oder Weggang von Mitarbeitenden, dass das jeweils auch Bodies of Knowledge sind und da ist ja nochmal der Punkt von Stefan mit diesem, akzeptiere ich diesen Body oder lehne ich ihn ab seitens der nachfolgenden Person nochmal eine ganz wesentliche. So, Julia hat eine Frage und dann Gerda. Julia, magst du deine Frage gerade selber stellen? Ja, kann ich gerne und zwar kam mir jetzt gerade bei den Ausführungen noch die Frage, ob es quasi auch um den Grad der Formalisierung dieses Wissens geht. geht, also in meinem Kopf bei den Ausführungen ging es ganz viel auch um so Diskussionen für Diversität und Antidiskriminierung. Das ist ja, das sind ja viele Wissensbestände, teilweise sind dort auch Menschen sehr aktiv, die nicht unbedingt den Universitätstitel haben, aber die sehr aktiv sich engagieren, zum Teil selbst betroffen sind. Ich bin irgendwie gedanklich an diesen Themen sozusagen so ein bisschen hängen geblieben und bin mir noch nicht ganz klar, ob diese Themen eben dort mit hineinfallen würden. Also meine Antwort ganz klar ja. Also ich habe ja erwähnt, es gibt Vertreter, Fachleute, die einen Body of Knowledge in der Öffentlichkeit darstellen oder auch nicht in der Öffentlichkeit, sondern einfach für Disziplin handeln und dahinter stehen Persönlichkeiten und die Punkte, die du jetzt angesprochen hast, machen eine Persönlichkeit ja aus und es ist immer sehr spannend in einem Verein, in einer Fachgesellschaft, in einer Hilfsgruppe, wie auch immer, zu beobachten, wenn Meinungen oder Aussagen platziert werden, wird auch immer bewertet, wer platziert diese Aussage und je nachdem, in welchem Bereich, in welchem Umfeld man sich befindet, spielen Titel, spielen akademische Hintergründe eine wesentliche Rolle. In anderen Bereichen ist es mehr wichtig zu wissen, was die Person eventuell an Lebenserfahrungen erlebt hat oder an Ereignissen erlebt hat, um bewerten zu können, ist das relevant für mich, was da jetzt gesagt wird, wer ist das eigentlich, wer da spricht, woher weiß der oder die das, dass er oder sie so sprechen kann. Da kommen übrigens auch einige Punkte aus dem Critical Thinking mit zum Ausdruck. Das ist ja eine der zentralen Fragen, die da im Hintergrund stehen. Lass dir nicht alles gleich als Wahrheit präsentieren, sondern hinterfrage es, aber hinterfrage es auf eine konstruktive Art und Weise, die dann zu einem guten Resultat für alle führt. Und da spielen eben Persönlichkeit, persönliche Erfahrungshorizonte eine ganz massive Rolle. Und daher würde ich sagen, zu deiner Frage, das habe ich mir auf den Punkt gebracht, ja, würde ich in jedem Fall mit als relevant einstufen. Okay, danke schön. Und ich hatte tatsächlich noch eine zweite Frage, die habe ich aber nicht in den Chat geschrieben, die kann ich auch später stellen. Ich will mich jetzt gar nicht vorschieben. Nein, Julia, jetzt stell gleich auch noch deine Frage. Okay, ich bin sozusagen so ein bisschen eingehakt, weil Dirk hat das auch in den Chat geschrieben. Da ging es um das Steuerrecht und so ein bisschen die Freiheit, ob ich diese Form von Body of Knowledge akzeptiere oder nicht. Also die besteht ja zum Teil für einige Sachen nicht so. Also gibt es ja einfach rechtliche, gesetzliche Grundlagen, dass bestimmte Body of Knowledge einfach akzeptiert werden müssen. Und da bin ich, glaube ich, auch sozusagen in dieser Antidiskriminierung und so an diesen Themen sozusagen auch eingeklinkt, weil auch da gibt es ja sozusagen rechtliche Grundlagen, denen wir sozusagen entsprechen müssen als Gesellschaft. Also genau, ich glaube, man kann sozusagen nicht immer frei entscheiden, ob man etwas, also man muss es akzeptieren, man muss es sozusagen nicht in sich selbst aufnehmen. Also da habe ich sozusagen noch so ein, das ist doch irgendwie... Ja, also ich stimme dir dazu. Tatsächlich haben wir nicht mal die Wahlfreiheit, also mein bewusst gewähltes Thema Steuergesetze. Also ich würde es gerne entscheiden, aber... Da gebe ich dir völlig recht. Es gibt noch andere Themen, wie beispielsweise... Straßenverkehrsordnung. Straßenverkehrsordnung, generell das Grundgesetz, das BGB, alle Dinge, die wir befolgen müssen, um nicht in Konflikt zu geraten mit dem Staat oder mit dessen Vertretern. Also gerade die Gesetzeslage, die Gesetze sind ein ganz wunderbares Beispiel, um zu prüfen, wie man das akzeptiert. Und also Rechtsanwälte oder Staatsanwälte oder auch generell Juristen akzeptieren das immer erst mal nicht und versuchen, also das ist jetzt meine ganz auf den Punkt gebrachte Aussage, ein Jurist dreht so lange an den Punkten, bis es für ihn passt und zwar für seinen Mandanten. Da sind wir dann wieder nicht mit der Wahlfreiheit konfrontiert, sondern vielleicht eher mit der Expertise in dem jeweiligen Fachgebiet der Disziplin. Aber wir haben auch jetzt die letzten zwei, drei Jahre auch mit Corona-Regeln zu tun gehabt, Stichpunkt Wissenschaftskommunikation. Wir haben da mit einem ganz, ganz neuen, mit allen uns Unbekannten Zusammenhang zu arbeiten gehabt und wir haben Regeln auferlegt bekommen, die im Rahmen der Erforschung dieses völlig für uns neuen Wissenschaftsbereiches auferlegt worden sind. Manche Regeln waren nützlich, andere waren Unsinn. Also auch das als Hinweis darauf, dass zwar auf der einen Seite, was wir eben besprochen haben, die Gesetze, das ist relativ fest in Stein gemeißelt, aber wenn es um Wissenschaftskommunikation geht oder auch um wissenschaftliche Entwicklungen, da sind Bodies of Knowledge sehr im Wandlungsprozess. Also man hat, also ein Body of Knowledge ist nicht immer in Stein gemeißelt. Das ist eigentlich meine Aussage. Vielen, vielen Dank. Gerda. Ja, ich habe mir nicht die erste Präsentation von dir angehört, Stefan, aber von daher weiß ich nicht, ist ein Wiki auch ein Body of Knowledge? Die Frage wurde, glaube ich, in der Session damals auch gestellt und wir haben dann gemeint, ich will auch nicht alleine entscheiden, aber ja, ein Wiki entsteht natürlich, indem es immer weiter sich sammelt und im Idealfall wird ein Wiki ja auch kuratiert, also es gibt hoffentlich ein Redaktionsteam oder jemand, der sich verantwortlich zeichnet, dahinter und vor diesem Hintergrund ist es zumindest ein kuratierter, kann es ein kuratierter Body of Knowledge sein, Gabriele, Dirk, ich glaube, das war so der Konsens, den wir beim letzten Mal getroffen haben. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, Stefan, aber mir fiel jetzt gerade ein, dass vielleicht nochmal ein Kriterium sein könnte, ob das Wiki, ich sage jetzt mal, ein inhaltliches Sammelsurium ist oder ob es ein Wiki doch zu einem Themengebiet einem Wissensgebiet ist, dann wäre es eher ein Body of Knowledge oder als wenn es, sage ich mal so, unser Unternehmen hat halt ein Wiki und da landet so alles drin von, wie beantrage ich Urlaub bis hin zu irgendwelchen fachlichen Dingen, das wäre dann wahrscheinlich eher keines oder? Ja, also so wie ich mich erinnern kann, haben wir gesagt, wenn es der Thema zu einem Thema ist, kann es durchaus ein Body of Knowledge sein, wenn sich dort entsprechende Kompetenzen und Inhalte zu einem Thema angesammelt haben? Ich habe vielleicht ein schönes Beispiel, also in einem Unternehmen, da haben die Servicetechniker haben sich also ein Wiki gebastelt, um eben Fehler, die manchmal auftreten, aber selten auftreten, um die zu dokumentieren und die Lösungen dort reinzuschreiben und das wäre für mich ein wunderbarer Body of Knowledge, weil das ist eher Body of Knowledge. Absolut. Sowas habe ich auch gedacht, genau, ich kenne beides jetzt und habe mich gefragt. Okay, Dankeschön. Dirk, du hattest noch ein, zwei, drei Fragen schon im Chat, ne? Ja, ich hatte zum einen das Thema gehabt, weil bei dir stand entweder Akzeptanz oder Ablehnung, dass es doch eine hohe Wahrscheinlichkeit so ist, dass ich mich mit Teilen identifizieren kann, die kann ich akzeptieren und andere Teile kann ich nicht akzeptieren. Das ist also wahrscheinlich dieser Fall ist, dass ich zu einer Mischlösung komme von dem, was ich akzeptiere und was ich nicht daraus akzeptiere. Ich kenne mich dir absolut zu, Dirk. Ich habe natürlich jetzt für den heutigen Vortrag das Thema extrem reduziert und vereinfacht und tatsächlich gibt es immer überall, wie du sagst, Teilbereiche, die man annimmt und andere, die man ablehnt, auch die psychologische Abteilung, die ich euch heute vorgestellt habe. Es gibt natürlich immer auch eine Auseinandersetzungsmöglichkeit, also ein erster Widerspruch, ein erster Konflikt kann ja auch aufgelöst werden. Es muss nicht immer zur Ablehnung führen, sondern in der Auseinandersetzung mit den Inhalten kann es ja auch zu einer Akzeptanz kommen, beziehungsweise es kann auch wiederum, das ist ja jetzt der nächste komplexere Bereich, es kann dadurch zu einer Bewertung oder zu einer Weiterbearbeitung der Inhalte kommen. Aber in der Tat wirkt ja, also die Teilbereiche, die Grauzonen-Aspekte, die habe ich heute der Vereinfachung halber ausgelassen. Das war auch der Punkt, dass ja viele von diesen Body of Knowledge, wie wir sie zur Verfügung haben, ja tatsächlich nur ein Ausschnitt von dem jeweiligen Thema sind. Wenn ich zum Beispiel das Bild Nachhaltigkeit im Kopf habe, wie es zum Beispiel oft hier präsentiert wird, dann sehen wir in Deutschland eine Reduktion auf ein bis zwei dieser 17 UN-Ziele zum Thema Nachhaltigkeit. Da gibt es ja 17 Sustainable Development Goals und wir reduzieren das immer nur in Deutschland auf zwei, maximal drei von diesen Zielen und bezeichnen das als Nachhaltigkeit, was natürlich eine ganz üble Verzerrung ist. Und solche Sachen treten natürlich auf, wo man sagt, da wird immer bloß ein Teil abgedeckt und man muss sich dann kritisch auseinandersetzen, welchen Anspruch erhebt zum Beispiel eine Argumentationsnachhaltigkeit in Deutschland und wie steht es wirklich in Bezug zu dem übergeordneten Verständnis zu dem Begriff? Also stimme ich dir absolut zu und da ist dann, da kommt das Cheat Sheet sofort ins Gespräch, in dem wir fragen, wer spricht da eigentlich? Also wer vertritt welche von den Sustainable Goals und man kann dann auch fragen, welche Absichten oder welche Intentionen verfolgt eine solche Instanz oder Person und auch immer natürlich die Frage und das ist, das zeugt ja dann von Fachwissen und die Auseinandersetzung mit einem Body of Knowledge eben zu wissen, dass es 17 solcher Ziele gibt und nicht nur zwei oder drei, die da immer wieder zitiert werden. Gut, ich hatte bloß als Beispiel gehabt, dass man also nicht davon ausgehen kann, dass es immer vollständig ist, wenn so ein Body of Knowledge vorgestellt oder angewendet wird, sondern dass man das auch immer bloß als einen Baustein sehen kann, da je nach dem konkreten Ausprägung mehr oder weniger vollständig ist. Richtig, ja. Ich hätte noch eine Frage, Stefan, die kam ja bei diesem Beispiel mit Steuerrecht und Straßenverkehrsordnung. Wo verläuft denn eine Grenze, wenn sie denn verläuft, zwischen Regelwerk und Body of Knowledge? Ich war ein bisschen überrascht aufgrund des Beispiels, weil für mich wäre jetzt sowas wie Steuerrecht oder die Straßenverkehrsordnung eher ein Regelwerk und eben kein Body of Knowledge. Ich finde die Frage sehr spannend. Ich kann hier tatsächlich, ich habe mich damit so noch gar nicht auseinandergesetzt, Regelwerk oder Body of Knowledge. Ich habe das bislang mehr oder weniger gleich gesetzt, ohne da zu differenzieren. Aber vielleicht gibt es Anhaltspunkte, mit denen man das differenzieren könnte. Julia, du hebst die Hand. Ja, aber ich wollte euch gar nicht jetzt abkürzen. Ich hatte nur noch einen anderen Aspekt, den ich jetzt gerade sozusagen beim nochmal drüber reflektieren so ganz spannend fand und fragen wollte, ob du das auch so siehst. Und zwar also das Treffen in der Mitte sozusagen zwischen mir und dem Body of Knowledge oder auch einer Gruppe und einem neuen Body of Knowledge quasi, dass das auch ein bisschen an der Kommunikation hängt, an der Verwendung. Also weil du hast ja gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ich so ein Body of Knowledge auch durch eine bestimmte Fachsprache und einen bestimmten Stil sozusagen über diese Fach Dinge zu sprechen. Ich versache es jetzt ganz einfach. Also man hat sich irgendwie auf bestimmte Wörter und Dinge geeinigt. Und wenn man aber eben möchte, dass andere Menschen das akzeptieren, dann ist ja eigentlich der Weg, vielleicht auch dieses vielleicht nochmal ein bisschen zu vereinfachen und eben die Perspektive einer anderen Gruppe einzunehmen, die ja eben noch nicht dazugehört und das eben noch nicht so durchdrungen hat, dann könnte man ja eigentlich die größtmögliche Akzeptanz vielleicht erzielen. Das ist richtig. Da stimme ich dir völlig zu. Ich habe jetzt ganz bewusst auch nochmal auf das Cheat-Cheat zurückgeblättert und der zweite Punkt links oben, Verständnis für die Disziplin, das beinhaltet natürlich auch Verständnis im Sinne von spricht diese Disziplin meiner Sprache? Also ist es eine zugängliche Sprache oder muss ich mir das übersetzen oder ist das etwas, was mir von vornherein Blockaden auch erliegt? Und die Zugänglichkeit findet natürlich auch über genau die Punkte statt, die du genannt hast. Es muss ein Zugang gelegt werden. Und wenn der nicht da ist, dann ist das von vornherein kritisch. Deshalb also Zustimmung zu dem, was du gesagt hast. Ja, weil das glaube ich auch gerade so die Herausforderung für einige Hochschulen ist, wenn sie im Transfer denken sozusagen, wie kriegen wir das Wissen eigentlich dann dahin, wo es wirken soll, also in die Gesellschaft, in die Breite wieder. Und dann, das sind ja genau so die Knackpunkte, also dann diese Übersetzung zu schaffen. Absolut. Und noch ein weiterer Punkt, der jetzt ergänzend dazu, interessant und spannend ist, ein Wissen, das in vielen Fachbereichen von vor 50 Jahren etabliert wurde und heute Lösungen anbieten soll für Probleme. Heute wollen wir Probleme lösen mit Wissen, was vor 50 Jahren aktuell gewesen ist. Da würde ich ein riesen Fragezeichen hinterstecken und mich fragen, wer ist denn in dieser Disziplin unterwegs? Super, danke. Mir ist ganz spontan, also bei den Diskussionen ist mir aufgefallen, so Body of Knowledge und Regelwerk war für mich, also was schon in der Diskussion auch gekommen ist, ein gutes Unterscheidungsmerkmal, muss ich diesem Body of Knowledge folgen oder nicht? Das heißt, wenn ich dem folgen muss, wie bei Steuerrecht und Straßenverkehrsordnung, dann ist es wahrscheinlich eher ein Regelwerk. andererseits ist natürlich in einem Steuerrecht und in einer Straßenverkehrsordnung ist natürlich auch sehr viel Wissen drinnen, weil Regeln sind ja eigentlich auch in einer Form Wissen. Das heißt, ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist, da Unterscheidungen zu treffen. Die Frage ist, braucht man diese Unterscheidung? Oder kann man nicht einfach sagen, okay, überall, wo etwas drinnen ist, was Wissen ist, ist einfach, kann man als Body of Knowledge auffassen? Ich finde die Formulierung sehr schön, dem ich folgen muss. Also mich triggert die insofern auch ganz stark an, weil man ja manchmal angetrieben wird, einer Sache zu folgen, auch wenn vielleicht gar keine offizielle Regel dafür existiert. Also die Knowledge Map, die jetzt entwickelt wird, ist so gut, ich muss der folgen und ich kann die Leute nicht verstehen, die der Knowledge Map nicht folgen. Also da stehen, glaube ich, auch ideelle Zwänge, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dahinter, die eben eine klare Unterscheidung sehr schwierig machen. Regelwerk versus Body of Knowledge. Ich habe noch eine Anmerkung gehabt, die ist mir jetzt gerade noch in Gedanken gekommen, die haben mich jetzt schon ein paar Minuten im Kopf drin. Es gibt ja auch diese Entwicklung von diesem Body of Knowledge, wo es prinzipiell zustimmt, wo man aber sagt, das geht extrem jetzt in die Übertreibung der Gruppe, die das treibt. Das heißt, das war über Jahrzehnte gut und ist jetzt übertrieben. Ich habe ja zwei Grundthemen, die mich dabei umtreiben. Das ist erstmal der alte, weiße, ostdeutsche Mann aus Chemnitz und Sachsen. Da geht es um dieses Thema Diversität, wo ich das jetzt in Übertreibungssachen finde. Und das andere ist meine Abkürzung, die ich vertrete, also alle außer Heteros, weil auch die andere Abkürzung halt immer länger wird, immer bedeutender wird und wo ich jetzt sage, da konnte ich lange Zeit dem zustimmen, aber jetzt ist es weit over the top. Und das ist ein Aspekt, der bisher vielleicht noch nicht so drin ist, dieses, dass ein Body of Knowledge dann durch die immer Weiterentwicklung am Schluss so übertrieben ist, dass die Leute dem Sachen nicht mehr folgen können. Dieser Aspekt war mir bisher noch ein bisschen wenig drin vorgekommen, ist mir aber jetzt durch den Kopf gegangen, als Julia ihre Themen Diversität und Diskriminierung erwähnt hatte. Ich will direkt auf den dritten Punkt in der ersten Reihe hinweisen, ist der Body of Knowledge anwendbar und nützlich? Also das ist eine sehr konkrete Frage tatsächlich, die man auch wiederum tatsächlich aus seiner persönlichen Situation beurteilen muss und in der Tat ja, wenn das dann so komplex wird, dass man damit nicht mehr umgehen kann oder es absurd wird, was du teilweise angedeutet hast, dann könnte man also hier diese Frage mit nein, er ist nicht mehr anwendbar. Also dass es durch die Weiterentwicklung dann irgendwann genau wieder ins Gegenteil kippt von dem, wo man es eigentlich vorher gesehen hat. Ja, also ein Beispiel, das ich jetzt gar nicht groß ausführen will, aber ist tatsächlich das Thema Gendern. Da habe ich jetzt diverse Artikel und Publikationen wirklich durchgearbeitet und es wurde halt festgestellt, Gendern ist sehr, sehr wichtig in der Sprache, aber es macht die Sprache unlernbar für Personen, die Deutsch lernen, also für Personen mit fremdsprachlichem Hintergrund, die Deutsch lernen und dabei gendern wollen, müssen. Da ist die Grammatik nicht mehr durchdringbar und da kommt vielleicht auch dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich sage mal, das führt jetzt zu spezielles Thema, das sehe ich natürlich ähnlich, aber mir ging es darum, wo das gekippt ist, wo das praktisch Dinge, die ich vorher gut und richtig finde, jetzt tatsächlich als persönliche Feindbilder habe und wann ist das gekippt und warum? Aber ich glaube, jetzt ist ja Wissen auch immer Weltbild gefärbt, aber ich glaube, man muss dann schon noch schauen, ist das jetzt wirklich ein Body of Knowledge mit der Betonung auf Knowledge, was ja auch irgendwo eine Evidenz basiertheit voraussetzt oder ist es, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur noch Weltbild? Also es ist nur noch Meinung und eben nicht mehr Knowledge. Das ist natürlich, da gibt es einen Graubereich, weil natürlich dann dieses Knowledge ja auch unterschiedlich interpretiert werden kann, aber wenn halt, sage ich mal, so die Evidenzgrundlage irgendwo gar nicht mehr sichtbar ist, also völlig verloren geht, dann ist es vielleicht auch einfach kein Book of Knowledge mehr, dann ist es ein Book of Opinion oder was auch immer. Das war bloß ein Aspekt, der mir noch in Gedanken gekommen ist, ansonsten denke ich mal auch, dass ich da kein neues Thema habe und auch keine Abschlussfrage in diesem Fall.